Musik So, schönen guten Abend meine Lieben. Ja, was soll ich euch sagen, ich sitze gerade hier im Schnitt für mein neues Filmchen, beziehungsweise meinen Vlog, ja, also ich bin hier gerade wieder im Schnittprogramm, ja. Nein, ich will nicht upgraden. Und mir ist aufgefallen, dass die Beginn Vlogs von heute, also heute Morgen Mittag auf dem Weg zur Arbeit, dass die nicht drauf sind, da hat er nur Fotos gemacht. Und ich habe, weil bei Tageslicht ist diese LED an der Kamera, ich zeige euch das mal jetzt im Dunkeln, kann man das sehen, ja, da ist so eine kleine LED. Mal gucken, wo sind wir denn, da sind wir. Und wenn ich auf Aufnahme drücke, blinkt die die ganze Zeit. Aber das ist bei Tageslicht, wenn man nur einmal drückt, dann macht es ein Foto. Wenn man das, das sieht man bei Helden nicht so richtig gut und dann muss ich das wohl übersehen haben. Sehr ärgerlich, weil ich wollte euch ja heute da die Stelle zeigen, wo der Poco hinkommen soll. Das werde ich dann jetzt nachholen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei dem Vlog. Wenigstens die Rücktour ist drauf. Das ärgert mich jetzt richtig, aber naja, gut, ist halt so. Gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Vlog. So, schönen guten Abend. Ich habe die Schicht geschafft, der Sonntag ist rum. Und heute haben wir Glück, ich meine zumindest, dass er das ist, der Dennis. Ah ne, das war der andere Arbeitskollege. Ich muss mal eben schalten. Ja, da bin ich. So, der kommt nämlich jetzt angerast von hinten. Der Dennis, ihr kennt ihn, Kanal Eis. Na, komm, komm, komm. Ja, da ist er. Das war der Dennis. Können wir auch nochmal hupen. Ja, da war nochmal. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich mal. So, meine Lieben, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt gleich zu Hause. Lad den Vlog hoch und sage jetzt einfach nur noch, steigt aufs Bike, macht was draus. Euer Heizy, bye. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020